Heute ist es ja so, dass der Großteil des Handels weltweit von transnationalen Unternehmen gesteuert und kontrolliert wird und 2048 ist es nicht mehr der Fall, dass transnationale Unternehmen gesamte Wirtschaftszweige kontrollieren und durch die Ausbildung von Mensch und Natur Milliarden in den Steueroasen bekommen. Was es 2048 nicht mehr gibt, ist zum Beispiel Institutionen wie Weltbank, internationale Währungsfonds, Welthandelsorganisationen, alle sind auf Kolonialismus und koloniale Strukturen zurückzuführen und sie sind jetzt immer noch prägend für den Welthandel und sie wären 2048 nicht mehr da. Und was auch nicht mehr da wäre, ist die Logik der Ausrichtung der damals kolonialisierten Länder oder Gebiete, die darin besteht, dass sie Dinge produzieren, die sie nicht konsumieren und Dinge konsumieren, die sie nicht produzieren. 2048 gibt es keinen Kapitalismus mehr. Wir haben dann auch alle Handelsabkommen abgeschafft, die heutzutage die ungleichen Beziehungen zwischen Ländern des globalen Südens und den Industriestaaten strukturieren. Denn heute haben die Länder des globalen Südens nicht die Möglichkeit, ihre eigene Wirtschafts- und Handelspolitik zu bestimmen. Ich freue mich auf ein Leben im Staat der Kommunen, wo die Menschen zusammenkommen in ihrer Nachbarschaft und gemeinsam Dinge des täglichen Lebens produzieren, wo sie aktiv teilhaben können an dieser Produktion, an den Entscheidungen darüber, was, wie, wo, wann produziert wird und in den Austausch zu treten auch mit anderen gleichgesinnten Produktionseinheiten. Ich freue mich darauf, dass alle Babys und Kleinkinder, die ich heute so kenne, dann als Erwachsene in einer Welt leben, in der die Wirtschaft eben nicht mehr von Konkurrenz und Profit getragen wird, sondern von Kooperation und gegenseitigem Respekt. Und das würde heißen, dass diese Erwachsenen dann ganz selbstverständlich eben nicht mehr in Supermärkte gehen und nicht mehr wissen, woher sie eigentlich Lebensmittel bekommen, sondern beispielsweise Olivenöl von Ökobauern-Kooperativen aus Griechenland beziehen oder Schokolade bekommen von einem Commons-Netzwerk aus Ghana. Ich freue mich, in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschen die Beziehungen zueinander so wertschätzen, dass sie zu Kriterien werden für alles, was sie machen, aber auch die Beziehungen zu mitfällen. Und für den Handel bedeutet das, dass nicht Profitmaximierung im Vordergrund steht, sondern die Möglichkeit für Handel Leben zu ermöglichen in einem bestimmten Raum. Einer der wichtigsten Schritte ist, dass die Bewegungen, die Klimabewegungen, die Gewerkschaften, auch die globalisierungskritische Bewegung stärker zusammenarbeiten. Nur so können wir es schaffen, beispielsweise einen globalen Streik der Arbeiterinnen zu organisieren, das Kapital lahmzulegen und dadurch die Kräfteverhältnisse so zu verändern, dass wir überhaupt erst Verhandlungen eingehen können und möglicherweise daraus sich auch unsere Alternativen ergeben können. Die wichtigsten Schritte dahin sind, auf verschiedenen Ebenen einzuordnen. Die erste Ebene ist die des Bewusstseinswandels. Das heißt, jetzt schon muss es in allen Institutionen, ob in religiösen Institutionen, in wissenschaftlichen Institutionen, in Politik, Wert darauf gelegt werden, dass Menschen sich anders verstehen, wegkommen vom Konsumismus, von der Verherrlichung von materiellem Reichtum und so weiter und so fort. Der nächste Schritt wäre, auf institutioneller Ebene Maßnahmen zu treffen, die dafür sorgen, dass die Akteure, die jetzt operieren, zum Beispiel im Bereich Handel, Kriterien unterzogen werden, die sie zwingen, umzusteuern. Und der letzte Schritt wäre, dass diese Umsteuerung tatsächlich so stattfindet, dass Leben in kleinen Gemeinschaften, die sich gegenseitig ergänzen, möglich ist. So eine Transformation liegt ja irgendwo zwischen Reform und Revolution. Und ich würde sagen, um nur zwei Beispiele zu nennen, dass eine wichtige Reform im internationalen Handel ein internationaler Vertrag wäre, in dem Menschenrechte und Naturrechte ganz selbstverständlich über Investorenrechten stehen. Und ein revolutionäres Moment wäre, wenn Gewerkschaften gemeinsam mit Aktivistinnen aus der Zivilgesellschaft es schaffen, die Automobilindustrie in Deutschland, die ja für extrem viele Emissionen auch verantwortlich ist, umzustrukturieren in kooperative Unternehmen, die dann auch ganz andere Lieferketten weltweit aufbauen und so mit Ländern, aus denen die Rohstoffe kommen, also zum Beispiel Brasilien oder Indien, langfristige und wirklich nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen aufbauen können. Vielen Dank. Vielen Dank.